stellvertretend für alle jugend rettet eventer crew mitglieder haben wir heute hier vor ort christoph und nico laura und tamilo steht gerne mal auf wir haben des weiteren von sie wird vor ort genau tamino tomaso ist noch da alina haben wir von c-watch da und von inigo and daniel bei smh ich fange gleich mal kurz an ihr könnt auch gleich fragen stellen und zwar tamino würde mich interessieren du warst jetzt glaube ich als letzter noch vor ort auf malta kannst du uns sagen wie die aktuelle lage ist weil ich glaube die information dass noch zwei schiffe vor ort sind im einsatzgebiet ist so nicht richtig naja in den letzten wochen wurde die kriminalisierung stark vorangetrieben italien hat angefangen die hilfen komplett dicht zu machen das hat sich am anfang auf das anlanden von geretteten bezogen das heißt es gab erst mal keinen hafen mehr wo nicht regierungsorganisationen gerettete hinbringen konnten und das hat so ein bisschen so ein ketten effekt hervorgerufen und bis hin dazu dass jetzt ich glaube es müssen vor drei wochen gewesen sein auch malta die helft nicht gemacht hat generell für ngos ob die jetzt gerettete an bord haben oder nicht und jetzt sitzen gerade die weiblein die seeflux und die seewatcherei in malta fest und wir haben auch noch andere schiffe von anderen ngos die mehr oder weniger auch gerade fest sitzen jetzt ungefähr in drei vier fünf tagen müsste die open arms wieder kommen aus barcelona das heißt es gibt nach wie vor da ja kam das geist ja wir lassen uns da nicht unterdrücken so einfach weil sich die eu irgendwie denkt ja wir machen es einfach die teilen und weiter dicht genau es ist extrem schwierig geworden für uns zu operieren und genau für seewatch kann ich sagen dass wir mit der seewatch 3 aktuell nicht wissen ob und wann wir auslaufen können und es da auch keine rechtliche grundlage gibt genauso für unser flugzeug moonworld ist genau derselbe fall wir dürfen nicht starten und auch da fehlt die rechtliche argumentation für was bedeutet das konkret also wenn niemand mehr im einsatzgebiet ist genau also nachdem sich starten das hat man ja auch im film gesehen immer mehr zurückgezogen haben frontex hat sich mehr zurückgezogen europäische militäroperation hat sich immer mehr zurückgezogen deswegen kann man sagen eigentlich sind da gerade nur noch die ngos und die wurden gerade verdrängt das hat dazu geführt dass der juno 2018 der tödlichste juno in der geschichte der aufzeichnung ist und ist auch im juli ich kenne die aktuellen zahlen nicht ganz jetzt auch schon wieder zahlreiche schiffsunglücke und auch in einem ausmaß was die letzten jahre so nicht da war weil einfach gerade nicht gerettet wird oder nicht gerettet werden kann wieder geld für ein neues rot sammeln und wie man über diese methode wie auch immer menschen wieder retten kann oder was ist genau hintergrund kann da ist jemand was sagen naja es sind zwei schiffe raus also versuchen alle ngos möglichst gut gerade den ganzen wirkern aus dem zu nutzen um irgendwie gemeinsam einen schiff zu finanzieren das wieder rausgehen kann und gleichzeitig halt auf der anderen seite wirklich hohen politischen druck auszuüben das heißt zum beispiel mit regierung reden verhandeln hier in deutschland zum beispiel die seebrücke macht super viel aktion oder man trifft sich mit irgendwelchen abgeordneten in allen möglichen ländern und da muss man halt überlegen ob man operationell sich umorientiert zum beispiel andere heimathäfen sucht oder irgendwelche verbündeten helfen sozusagen also zusagen kriegt dass man da einlaufen kann und genau da sind sie nicht einzigen die gerade versucht irgendwie das fundraising zusammen zu kriegen um ein schiff wieder in die stadt zu bringen und dann muss man halt versuchen nicht festgesetzt zu werden könnt ihr euch auch vorstellen oder hier also verschiedene organisationen die jetzt vor uns stehen die einsatzkräfte die denen gerade die hände geboten gebunden sind auch in geflüchteten lagern einsätze zu starten ich kann natürlich mal so argumentieren und sagen dass jetzt leute da sind motiviert aber ich glaube so fehlt das zielen zwei punkten erstens ist der punkt dass wir dann fehlen würden um zu versuchen alleine den auch druck aufrecht zu erhalten dass wir unsere schiffe rausfahren können wenn man sozusagen mehr oder weniger zufrieden geben und auf der anderen seite ist es glaube ich auch einfach dass wir da eine gruppe von menschen sehen die sich notwendigerweise über die letzten jahre sehr spezialisiert hat auf diese zivilisieren und rettung und darauf sehr hingearbeitet hat und da sozusagen sehr erfahren ist und insofern glaube ich wäre es einfach oder es ist wichtig dass die bereit sind in der hoffnung dass es irgendwann wieder politische spielräume gibt in dem zivilisieren und rettung stattfinden kann nichtsdestotrotz sehe ich natürlich auch wie alle dass arbeit in lagen für geflüchtete genauso wichtig ist die arbeit die menschen machen hier vor ort um geflüchteten zu helfen wie ist denn die aktuelle juristische lage für die juventa für die juventa ist die situation unverändert seit letztem august seit der beschlagnahme insofern als das vorwürfe der staatsanwaltschaft gegen uns laufen man weiß aber immer noch nicht genau gegen wen und ging also gegen welche personen tatsächlich und bisher ist auch davon nichts so weit dass man es irgendwelchen gerichten vorlegen könnte ohne ausgelacht zu werden und deswegen tut die staatsanwaltschaft das auch nicht aber solange dieses ermittlungsverfahren der staatsanwaltschaft läuft ist das die begründung dafür dass man uns das schiff nicht zurückgeben kann denn wir könnten ja jederzeit neue verbrechen begehen wir haben wir haben in der zeit natürlich dagegen geklagt dass man uns das schiff beschlagnahmt hat sind damit bis zum obersten gerichtshof in italien gegangen und jeweils gescheitert die letzte begründung fehlt uns noch und wenn wir die haben müssen wir entscheiden ob wir zum europäischen gerichtshof für menschenrechte gehen können aber ohne die schriftliche begründung des gerichts die man mit absicht verschleppt und uns schon lange hätte geben müssen können wir nicht ernsthaft die klage in straßburg angehen denn die müssen wir auch wieder mit allen anderen NGOs koordinieren logischerweise damit das von allen seiten durchdacht ist und nicht wie irgendeiner anderen NGO zum beispiel aus Versehen einen nachteil einhandeln wenn wir auch in straßburg aus irgendeinem grund verlieren sollten das dürfen wir auf keinen fall riskieren deswegen muss das sehr koordiniert ablaufen genau und wir warten also nach wie vor darauf dass man uns ernste vorwürfe macht mit denen wir auch arbeiten können weil bisher ist alles leere luft ja auch erstmal danke für eure arbeit die man im film gut gesehen hat mich würde noch mal interessieren weil die seebrückenbewegung schon angesprochen wurde was ihr da für schwarzen seht oder was da gute schritte sozusagen sein geben auch für menschen die jetzt nicht auf malta sind sondern in deutschland etwas machen wollen oder europa sogar genau ich persönlich glaube das ist eine der größten chancen der letzten monate ist früher wenn ich gefragt wurde was können wir wie wir machen als lokale bevölkerung habe ich immer geantwortet mehr wir brauchen geld und aufmerksamkeit geld um unsere schiffe zu betreiben aufmerksamkeit damit das thema nicht verloren geht weil die reine kann nicht das ziel sein es muss was größeres sein mittlerweile hilft geld nicht mehr so ein nicht mehr so viel weil die schiffe festgesetzt sind die da sind die theoretisch retten könnten und deswegen hat sich meine antwort eingeben verschoben dass wir jetzt eher aufmerksamkeit und politischen punkten brauchen und da glaube ich dass so eine initiative die sich explizit aus der zivilgesellschaft daraus gegründet hat gar nicht irgendwie direkt oder offiziell angeschlossen von den rettungs ngos sondern wo als die zivilgesellschaft sich hingestellt hat und gesagt hat wir können das irgendwie nicht weiter beobachten dass irgendwie menschen sterben und die menschen die helfen wollen dass die dass es verhindert wird dass sie helfen können und da habe ich halt auch die hoffnung vielleicht ist auch die letzte hoffnung dass das eine überwiegende zivilgesellschaft werden könnte ja und ich glaube es ist super wichtig dass wir nicht leise sind und oder nicht leise werden weil das ist gerade das ziel so ganz klar da werden jetzt mit allen mitteln um die alle schiffe die da sind die noch retten wollen die auch medienarbeit machen die aufmerksamkeit erzeugen können über diese problematik festgesetzt damit es eben keine zeugenschaft mehr gibt weil wir sind irgendwie der eu gerade ein dorn im auge die noch mehr sterben lassen will als sie das jetzt die letzten jahre schon getan hat und die letzten monate und jahre haben ngos ungefähr 40 bis 60 prozent der rettungen da draußen geschmissen und ja das sollte einfach verhindert werden und ich glaube jetzt ist umso wichtiger dass es jetzt nicht mehr leise wird also nicht in berlin nicht in deutschland aber auch überall sonst nicht damit war gemeint dass auf einem anderen rettungsschiff die identitäre bewegung leute in eine sicherheitsfirma eingeschleust hat die wiederum leute auf das schiff geschickt hat das heißt es waren am ende angestellte von 17 die aber von identitären da zur arbeit geschickt worden waren um daten gegen andere schiffe zu sammeln die haben die daten der italienischen staatsanwaltschaft angeboten sind mehrfach abgeblitzt wurde nicht ernst genommen weil es halt nazis sind irgendwann hat ein staatsanwalt das sachen doch aufgenommen und dann hat der geheimdienst sich eingemischt panzen gepflanzt verdeckte ermittler noch mal auf dasselbe schiff geschickt und so weiter weil die ermittlungen liefen ja über ungefähr ein jahr immer mal wieder aber die allerersten falschen anschuldigungen mit fotos auf denen das anders zu sehen war als die unterschrift behauptet kamen halt von rechtsradikalen die sich eingesickert hatten auf ein auf ein anderes schiff als unseres aber halt dennoch in die bewegung die niederländische flagge war bisher die freigiebeste was alte schiffe und ngo schiffe angeht deswegen sind sehr sehr viele traditions segler selbst welche jahrelang in hamburg liegen unter niederstand der länderschaft flage deswegen sind alle schiffe von see shepherd von greenpeace und diversen ngos immer unter holländischer flagge gewesen wir haben uns einfach an die holländische tradition gehalten das ist einigen organisationen jetzt auf die füße gefallen indem man die jahrzehntelangen traditionen einfach umdeutet und behauptet dass wir alles nie so gewesen was was denn ist aber genau wir waren einfach am ende glaube ich bis auf die see watch 1 alle unter niederländischer flage vielleicht abschließend noch seebrücke haben wir schon gehört wie kann man euch unterstützen konkret vielleicht auch im hinweg auf den film genau ich würde das kurz mit dem film anfangen haben ich glaube wir haben ein großartiges dokument was die arbeit auf dem mittelmeer porträtiert und das irgendwie auch sehr emotional macht und sehr umfassend was die gesamte geschichte der juventa abbildet deswegen sollte für mich ein ziel sein dass so viele menschen wie möglich diesen film sehen deswegen auf juventa-film.de sind alle weiteren termine die es jetzt schon gibt es werden täglich mehr in vielen verschiedenen städten in vielen kinos am 13 august gibt es auch noch wird der film auf reisert ausgestrahlt also erzählt weiter benutzt eure sozialen medien auch mal dafür erzählt davon und sprecht vielleicht noch einfach informiert euch und sprecht mit euren freunden verwandten wer auch immer darüber was da gerade passiert und was man vielleicht irgendwie gemeinsam machen kann guckt bei sie vorbei vielleicht noch mal zu dieser niederländischen nummer also italien hat irgendwann die helfen nicht gemacht und dann ist es das seenotrettungszentrum was koordinieren muss vom flaggenstart des schiffes das heißt die niederländer haben saunasse füße bekommen und haben irgendwie befürchtet ey scheiße jetzt müssen wir in zukunft von den ganzen ngos da irgendwie die die seenotrettungsfälle koordinieren und dementsprechend haben die angefangen zu gucken ah wo können wir den irgendwie in der registrierung irgendwie rankommen und das haben sie gemacht und das hat malta dann super gefunden weil so konnte man dann argumentieren dass man ermittlungsverfahren und so weiter einleitet noch mal was weil wir hier in deutschland sind ich weiß nicht wie ihr diesen lifeline case verfolgt habt die lifeline war gestrandet vor malta mit 234 geretteten an bord keine seenotrettungszentrale hat sich zuständig gefühlt das wurde hin und her geschoben und so weiter es gab dann einige europäische staaten die sich bereit erklärt haben kontingente von diesen 234 leuten aufzunehmen und es gab auch in deutschland in der linie schleswig-holstein in hamburg länder die gesagt haben wir können das nach paragraf 23 tun wir sind bereit so und so viele leute aufzunehmen das wurde blockiert vom innenministerium von horst seehofer über tage hinweg der blockiert hat dass es eine europäische lösung für diesen einen fall gab für diesen präzedenzfall der wiederum blockiert hat dass wir nicht mit der lifeline in malta einlaufen durften und das ist nach wie vor der fall und jetzt werden gerade diese 234 leute auf acht europäische staaten verteilt selbst malta nimmt ungefähr 30 leute was für malta schon wirklich krass ist uns eigentlich eine große schande dass deutschland da immer noch nicht dabei ist und ist da horst seehofer immer noch so krass blockiert also ich sehe da schon auch in deutschland einige hebel die man da irgendwie mal pushen kann auch als zivilbevölkerung gut wir müssen den seiten lassen ich würde euch auch bitten das kann ich am besten zügig zu machen draußen im foyer und wahrscheinlich